Hey, jetzt willkommen zu der zweiten Episode von Wargabe Bad Wars, mit dabei ist der Lukas. Es ist 2 vs. 3. Ja, aber natürlich auf Bad Wars 4 Network. Es geht in vier Sekunden auch schon los. Ich werde jetzt natürlich mich erst dran sitzen, die mittlere Höhenschütze reparieren. Ich gehe in den hinteren Spawner, okay? Okay. So, auch dieses Video werdet ihr sehen. Auf jeden Fall werdet ihr dieses Video in den Sommerferien sehen, weil ich bin gerade nämlich ziemlich hart am Vorproduzieren. So, und ich habe nochmal 32, das ist nice. Es kommt drauf an, wann die Sommerferien sind bei den Leuten, die es gucken. Ja, das stimmt, aber ich glaube sogar, da, wenn ihr es kommt, könnten sogar bei jedem Sommerferien schreiben. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob jemand von euch gerade keine Sommerferien hat. Ich habe keine. Ja, gerade. Ich habe auch noch keine. Wem es interessiert, wir nehmen das ganze Karte am 14. Juli um 1816 auf. Ich wollte die Kanone bauen, genau. Was wollen wir? Sechs Redstone? Ne, nicht die. Ach geil, wir brauchen die größere Version. Äh, dann brauche ich mir schon mal ein bisschen TNT, dann brauche ich jetzt noch mehr Eisen. So, die können wir ja schon mal so bauen. Ach, die bauen auf jeden Fall noch ein paar Repeater. Ich brauche ja, ach egal, ich klaue mir die selber von der anderen Höhen streuen. Wenn ich die andere repariere, ist es halt dann egal. So, die haben wir repariert. Jetzt bauen wir nur noch schön für TNT. Das reicht nicht, deswegen gehe ich nochmal den hinteren Spawner. Ich brauche mich dann schon mal zu den Gegnern. Mach das. Keine Ahnung, ich glaube, die sind noch nicht so kompetent, ich kenne die gar nicht. Ich kenne die auch nicht. So, jetzt nehme ich hier nochmal das Prongsen, habe ich gerade mal angesehen. Ach nee, du hast den Weg ja gebaut. So, jetzt kommt, wie viel TNT kriege ich? Schau mal, war. 37, nice. Ich schieße einmal, ich brauche noch einen Hebel. GG. Ich hoffe, die Kinder schießen nicht, aber ich glaube, die dürften nicht so kompetent sein. Wus ich nicht. Ich nehme gleich nochmal eine Spitzhacke mit. Hier, so schön. Hebel. Und TNT. Und ich wollte eigentlich Essen kaufen, sie kaufen schon mal Essen. So. Jetzt reicht es, aber ich habe echt viel gekauft. Diesmal, hast du schon geschossen? Nee, ich schieße jetzt. Dies, ich bin nämlich gleich am Bett. Ja, ich schieße, aber mach zuerst, ich sehe, ich soll ja nicht so lange kurz gehen. So, erstmal geschossen. Habe ich einen gekillt, der mitten da ist. So, ich baue die schnell mal auf die, als größere Version um. Ich baue das Bett mal. Ist dein Ernst? Und dann kannst du sie mit dem, ja, kannst du sie mit den Kanonen töten. Das ist doch aufpassend. Ja, jetzt muss ich erstmal den Tee kaufen. Ich habe keine Waffe, ich bin hier ohne Essen. Ja, du hättest mich beinahe getötet, aber egal. Ja, du hast ja nicht so, hast du gesagt, dass du die Gegner töten, egal, ich töte dich auch. Ist egal. Ja, genau. Wir müssen natürlich einen der Skillköpfe zuvor mitnehmen. Äh, was ist? Ich habe fast... Oh, du bist tot. Achso, ja, hast du keinen Skillköpfe mitgenommen. Skillköpfe bist du so gut wie tot. Ja, habe ich ja, das weiß ich ja, das habe ich ja jetzt gemerkt. Leute, holt euch Skillköpfe. Einfach nur, holt euch Skillköpfe. Ohne Skillköpfe habt ihr halt keine Chance. So, ich habe mir warum auch immer Rüstung gemacht. Mich hat es 41 TNT. Nice. So, alles schön voll. Und Feuer. Ich kann ja mal hier aus dem Fenster schauen. Oh. Einschussköpfe von TNT machen und dann renne ich auch rüber und hol die mir. Gar nicht, ich bekomme einfach eine E-Mail. Neu hast du, du hast dir ja jemanden doch mit der Kanone getötet. Oh, du hast den Azunker-Skill-Kopf. Krass. Ja klar, was sagst du denn? Holt euch jetzt Skillköpfe. Lasst mal irgendwie machen, dass man die nur für Bronze bekommt. Kann man sich Skillköpfe im Shop kaufen. Genau. Das wird so lustig. Also, Leute, nerven mal, ich bin ja damit, dass er Skillköpfe im Shop verkaufen soll. Und kommt auf dem Server. Genau. Und kommt auf dem Server. Genau. Genau. Spielt ihr jetzt vorgebetet oder ihr werdet gebannt. Ist logisch. Das gab es noch nie auf einem anderen Server. Genau. Dass ihr gebannt werdet. Komm, ich will auch einen Kill. Dann töte ich ihn schnell. Ja, ich bin noch nicht da. Oh, hier kommt ein Get-Racked. Siehst du, ich schlag ihn sogar zu dir. Danke. Und da haben wir es gewonnen. GG. Ja, die Runde. Die 5 Minuten sogar. Oh, das sind 5 Minuten. Weiß ich alles lange, aber trotzdem. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Auf jeden Fall kommt ihr auf Battle of the Network. Also hier, Wargabe, das ist wirklich einzigartig und komplett neu. Also, schreibt euch auf Battle of the Network. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ciao, bis zum nächsten Mal.